ja hallo meine lieben es ist wieder ein gewinn angekommen und den fang ich jetzt direkt einfach mal aus und zwar von podium vintage auf instagram habe ich diesmal das ganze gewonnen jetzt habe ich nichts zum richtiges hier zum aufmachen deswegen versuche ich es gerade mit dem schlüssel aber das geht auch so kunde gleich habe ich zusammengeklebt wie man sieht eine sekunde nach ok deckelton ist offen und da drin haben wir hier ist das ganze eingepackt der rest ist noch hier ausgeteilt hat das papier so dass wir da rein und wir haben einen wunderschönen vintage aschenbecher den ich bei podium vintage ich habe sie gerade vorgelesen podium vintage auf instagram gewonnen habe da gab es glaube ich drei gewinner das war der dritte preis vielen dank für diesen wunderschönen gewinn ich selber auch nicht aber ich habe immer wieder gäste da die rauchen und den wird der aschenbecher sicherlich auch gefallen mir gefällt auf jeden fall da unten steht drauf hier 38 euro und dadurch gestrichen 18 euro das heißt er wurde wahrscheinlich mal versucht für 18 euro zu verkaufen kam nicht weg und wurde als gewinnspiel verlost finde ich cool danke dafür euch leute alles gute weiterhin macht's gut bis nächstes mal ciao